Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jennifer Gerties und ich bin Marie Schürze. Wir beide spielen in der Nationalmannschaft und beim SSC Palmenberg-Schurin in der ersten Frauenvolleyball-Bundesliga. Ohne mein Physio werden alle Wehwehchen immer viel schlimmer. Und ohne mein Physio wäre die Belastung zwischen Nationalmannschaft und dem Verein nicht zu bewältigen. Tschüss! Outro